Mein Name ist Christopher Peters. Ich bin hier bei Raik Weber im Fotostudio. Wir machen heute ein Business-Fotoshooting für eine Werbekampagne, die ich geplant habe. Wir haben jetzt das Briefing mit Christopher hinter uns und bauen jetzt das erste Set auf. Das ist dieser Sessel im Tageslicht. Ich bin als Existenzgründungscoach für die Firma Dentalbauer tätig. Da mein Ziel ist, eine maximal professionelle Dienstleistung anzubieten, ist es mir auch wichtig, dass ich ein maximal professionelles Auftreten mitzeigen kann. Und deswegen bin ich heute hier und fühle mich auch in richtigen Händen. Wichtig, dass es authentisch wird und professionell rüberkommt. Aus meiner Sicht hat es heute sehr gut funktioniert. Das Shooting war super, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich kann es tatsächlich auch nur jedem empfehlen, der das Ziel hat, es hochwertig zu machen. Und der ist dann hier auch in den richtigen Händen, da bin ich mir ziemlich sicher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017